Hallo Leute! Willkommen bei meinen Abenteuern auf Spectacle Island. Wird es mir gelingen, das heruntergekommene Gehöft in eine blühende Farm zu verwandeln? Dies ist Teil 72. Und hier ist immer noch die Kartoffelernte im Gange. Hat der hier überhaupt noch was zu ernten in der Reihe? Gucken wir mal. Ne, da tut sich gar nichts mehr. Dann werde ich ihn jetzt nochmal hochschicken. Und mich dann um meine anderen Ernte und sonstigen Fahrzeuge kümmern. So, und den Rest muss ich dann wohl selber machen. So, geht's? Schaffst du das, mein Lieber? Wisst ihr, wie lange wir jetzt schon hier mit dieser Kartoffelernte beschäftigt sind? Seit Folge 54. Das ist jetzt 18 Folgen her. So lange läuft diese Kartoffelernte schon. Und sie nähert sich zwar schon dem Ende, aber... Fertig ist er noch nicht. So, jetzt wird er bestimmt gleich sagen, dass er fertig ist. Oder? Er wendet noch. Löblich, löblich. Löblich. Mal gucken. Ob er das schafft. Und wenn ja, werde ich schnell woanders hinhuschen und meine anderen Fahrzeuge noch zur Arbeit ermuntern. So. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, dann arbeite du mal schön. Der tut grad gar nichts. Steht am... Ach, das ist der. Ja. Der steht da nur rum. Und der steht auch nur rum. Und wir warten, dass der Raps fertig wird. Und du wartest auf Godot. Ah. Er ist eigentlich noch voller Arbeits... Drang. Hoffe ich mal. So. Denn hier gibt's jetzt noch was zu tun. Und dann ist er auch bald fertig mit dem Feld. Gut. Okay. So. Und er ist, glaube ich, fertig. Dann könnten wir einfach hier mal hochklappen. Im Vorbeigehen mal schnell putzen. Und schwaden. So. Und dann muss ich mich bestimmt wieder um meine Kartoffenernte kümmern. Auch meine Silage-Ernte wartet ganz dringlich drauf, dass ich mal ein paar Silageballen einsammle. So. Ich will einen Zauber machen. Jawohl. Gut. So. Ich will einen Zauber machen. Jawohl. So. Ach, das war das Falsche. Was ich abgekoppelt hab. Zurück. Und jetzt erst mal hinten abkoppeln. Und dann hier schön platzsparend. Auch noch das Mähwerk da reinstellen. Und jetzt holen wir uns den Schwader. Da ist er nicht. Wo ist er denn? Da hat er sich versteckt. So. So. Helfer J hat einen vollen Korntank. Wie schön für ihn. So. So. Du darfst jetzt hier wunderbar schwaden. Damit wir wieder Heu kriegen. So. Jetzt. Helfer J. Der hier dürfte jetzt fertig sein. Ah, nee. Das ist der. G. J. Okay. Gut. Hat das immerhin so weit geschafft, dass der Korntank nochmal voll war. Ah. Hier ist auch der Anhänger voll. So. So. Na ja, dass diese Ernte hier so lange gedauert hat, hängt unter anderem auch damit zusammen, dass es halt an mehreren Tagen geregnet hat. Aber trotzdem. Bei dem Kartoffel-Let's Play habe ich mich jetzt irgendwie dran gewöhnt, dass Kartoffelernten doch gar nicht so lange dauern. Und dass es eigentlich Spaß macht und easy ist. Aber da waren die Felder auch so klein. So. Hier haben wir ja schon ein nicht unerheblich großes Feld. So. Jetzt gehe ich mal ein paar... Ist das der richtige? Nein, ist er nicht. Oh. Der ist auch noch nicht fertig. Na sowas. Na sowas. Na sowas. Äh, jetzt... Dann gehe ich aber trotzdem ein paar Ballen einsammeln gleich. Wenn ich den hier zur Arbeit motiviert habe. Eieiei, der ist erst halb fertig oder so. Naja. Es hatte geregnet. Kommt die ganze Tagesarbeit durcheinander. Und das, wo ich doch nochmal ein paar Millionen locker machen will für mein liebes Schwesterlein. Aber gut, ich denke mal morgen früh kann ich ihr bestimmt wenigstens eine Million schicken. Dann hat sie schon mal drei. Das ist doch eigentlich schon mal ganz gut. Zumal sie ja den Hof sogar selbst finanzieren kann. Aber sie wollte sowieso größere Geräte, weil größere Felder. Und dann habe ich ihr auch noch von meinem Ideal erzählt. Und dann... Ja, klang sie plötzlich ganz verliebt. Voller Sehnsucht. Sowas wollte sie doch auch gerne haben. Dann können sie es mir auch schneller zurückschicken. Ich meine, was ich ja gar nicht brauche, dass sie mir das zurückschickt. Da bin ich dann lieber bei ihrem Unternehmen beteiligt. Mal gucken. Ob die dort so eine Goldgrube hat, wie ich hier. Und damit meine ich nicht die Goldmine und auch nicht die Goldwaren. Nicht mal die Goldproduktion. Sondern hier meine Silageballen. Und die Gärreste. Das ist meine Goldgrube. Darum mache ich das auch immer so tapfer. Obwohl es ja schon so ein bisschen müde ist hier. Tag für Tag. Immer Ballen einsammeln. Aber man wird wirklich gut bezahlt. So. Oh, der ist noch weit weg. Helfer J hat die Arbeit erfolgreich beendet. Na prima. Gut, dann gucken wir mal nach den anderen Dreiecken, die da noch offen sind. Sobald ich hier fertig bin. Helfer J ist der Kartoffelhelfer. So. 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 Okay, das passt gar nicht alles rein. Ja, das ist der Nachteil. Wenn man mit einfacher Geschwindigkeit spielt, dann arbeitet die BGA entsprechend langsamer. Ist das hier jetzt der Richtige? Ich glaube ja. Ja, wobei... Das ist nicht der Richtige. Ich will ja hier in den Erntetrecker einsteigen. Das hat er jetzt brav abgeräumt, dieses Dreieck. Kann man gar nicht meckern. Dann probiere ich mal, inwieweit er bereit ist, dies da noch abzuernten. Und dann haben wir da drüben ja noch so einen Streifen. So. Aber ich denke mal, das müsste heute zu schaffen sein. Gut. Lassen wir den mal werkeln. Und... Ich gucke jetzt vielleicht einfach mal durch. Ja, da hat sich immer noch nichts getan. Der ist inzwischen fertig. Dann kann der wohl auch in den Feierabend. Und hier können wir aussehen lassen. Sehr gut. So. So. Wunderbar. Wunderbar. Gut. Dann zu unserer Riesenseemaschine. Die wird das bestimmt in fünf Minuten alles ausgesät haben. Das ist schon ein Prachtexemplar, dieses Gerät. Steht das gut? Hm. Hm. Vielleicht ein klein bisschen mehr nach rechts. So müsste das bestimmt gehen. Und ich wollte Sojabohnen ansehen. Ja, ich glaube, das wollte ich. Also. Los geht's. Ach. Er kapiert mal wieder nicht, wie es geht. Hier, da muss man einfach so fahren. Jawohl. Sehen und düngen gleichzeitig. Siehste, geht doch. Wunderbar. Dann ist die Frage, ob er da die Wände schafft. Oder ob er da die Fels drunter fährt. Oder einfach ein Stück auslässt. Und dann ist noch die Frage, wie groß das Stück ist, dass er auslässt. So. Und Helfer H glaubt auch, fertig zu sein. Gut. Na, wie fein er jetzt wieder zurückfährt. Bis ganz zum Schluss. Ja. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Och. Na gut. Dann werde ich am Schluss hier nochmal drüber gehen. Und Helfer H war bestimmt der? Nee. Das ist Helfer D. Okay. Wer ist Helfer H? Ja. Ja. Das ist Helfer I. Hier ist eine Aussaat fertig. Ja. Mal gucken, ob es noch was auszusehen gibt. Nee, hier noch nicht. Hm. 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 Was war da? Ja. Das ist frisch ausgesehen. Das ist schon noch so ein Streifen, aber wollen wir mal nicht so sein. Den können wir dann später mal wegfarmen. Was habe ich über... Der Schwader ist schon fertig. Brav hast du das gemacht. Sehr brav. So. So. Dann stellen wir den einfach mal daneben erst mal. Aktuell ist der Platz dort ja nicht knapp. Gut. Der Kartoffelernte erntet noch. Kann man hier was reinschmeißen. Nee, noch nicht. Der arbeitet noch brav. Das ist gut so. Ich suche jetzt meinen... Ach, den fahren wir einfach mal zurück. Der ist ja fertig. Können wir ihn auch gleich mal putzen. So. Und dann suche ich meinen... Einen meiner großen Trecker mit dem Ladewagen, um das Heu einzufahren. Aber natürlich muss ich weiter im Auge auf die Kartoffelernte behalten. Die sollte jetzt heute schon mal fertig werden. Und das müsste eigentlich problemlos knappen. So. Äh, nee. Das ist das Falsche. Da wohnt der Mähdrescher. Da fahren wir lieber einmal voll im Kreis. So. Ja. Hier passen wir gut rein. Okay. Jetzt gucke ich nochmal, ob der noch brav arbeitet. Ja. Der macht diese Dreiecke recht gut. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist der Arion. Sehr gut. Und das ist dann der Axion. Der ist gerade bei der Arbeit. Der hat keine Zeit. Aber der ist nicht mehr lange bei der Arbeit. Da habe ich noch den Fendt. Und dann habe ich doch noch meinen neuen... Deutzfahrer. Das ist der Fendt. Genau. Der steht hier rum. Na. Wenn der hier nur rum steht. Und darauf wartet, dass der rapsreif wird. Dann kann der auch mit dem Ladewagen ein bisschen Heu einsammeln. Wie viele schöne Trecker ich jetzt habe. Und wenn ihr jetzt glaubt, dass ich eine gewisse Schwäche für schöne, viele Trecker hätte. Vor allem etwas kräftigere. Viele schöne Trecker. Da muss ich euch recht geben. Schon beim LS 17 habe ich mir gerne viele Trecker gekauft. Damals war einer der Hauptgründe noch, weil mir das Rangieren und An- und Abkoppeln noch sehr schwer gefallen ist. Und dann dachte ich mir, hm, es ist weniger stressig für mich, wenn ich für jedes Gerät einen eigenen Trecker habe. Und ja, aber die Freude an reichlich Treckern ist geblieben. Sofern ich sie mir leisten kann. Und wenn ich unterwegs bin im echten Leben und sehe schöne Trecker, sei es ein uralter Fendt, wie heißen die? Fendt Farmer oder so. Also wirklich die uralten, solche, die wir hier gar nicht im Spiel haben. Oder sei es ein hochmoderner Valtra oder was auch immer, kriege ich immer große Stihlaugen. So. Stopp kurz. Helfer D und Helfer I war das. Also beide glauben, fertig zu sein. Hier muss ich ja nur vielleicht mal quer ernten, aber hier muss ich noch was tun. Brav. Sehr schön gemacht, Helferlein. Du lernst es anscheinend langsam. Na so mitten auf dem Feld, da besteht wenigstens keine Gefahr in den Baum zu fahren oder ins Wasser zu fallen. So, hier ist jetzt noch ein etwas größeres Stückchen. Das schaffst du aber bestimmt auch noch. So. Jetzt nehmen wir die hier noch mit, die drei Kartöffelchen. Jawohl. So. Ja, wunderbar. Da darfst du noch ein paar Mal auf und ab fahren. Und ich kümmere mich jetzt wieder um das Heu. Oder erstmal hier rum, damit das fertig ist. Ja. Der Baum, der war im Weg. Ich sehe es ein. Das ist der Nachteil von der großen Seemaschine. So. So. Jetzt noch da. Und dann ist das auch erledigt. Mit dem tollen Supergerät. So. Ausschalten. Zusammenklappen. Und dann fahren wir gleich zu dem großen Feld, wo wir noch auf die Vollendung der Rapsernte warten. Und wenn wir hier vorbeikommen. Oder fahren wir unten rum. Ach, wir kommen hier vorbei. Und später muss ich dann natürlich auch den Miedrescher noch nach Hause fahren. So. Schwank. 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 Ja, Helfer C hat die Arbeit erfolgreich beendet. Müssen wir mal gucken, wer wohl Helfer C war. Hups. Wieder Bäume im Weg. So müsste das gehen. Gut, da warten wir jetzt immer noch auf den Raps. Und wir haben hier Helfer F. Der ist noch mitten dabei. Dann ist das wohl der. So. Ja. Du glaubst also fertig zu sein. Du bist einfach nur auf der falschen Seite der Kartoffeln. Na ja, aber hat hier einmal auf und ab geschafft. Das ist doch auch schon mal was. Siehste, es gibt noch mehr zu tun. Aber ein bisschen was hast du schon geschafft. So, ich denke, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.